New Jersey ist zum Notstandsgebiet erklärt worden. Die Ausgangsstelle beginnt um sieben Uhr abends. Verlassen Sie nachdem die Zeit kommt, die Ihr Haus nicht mehr ist. Sonst werden Sie erschossen. In einer düsteren Welt, in der das Licht der Freiheit erloschen ist. Wir brauchen eine der Leichen. Vorzugsweise ohne Kopfschuss. Kann nur ein Mensch es wieder entzünden. Hallo, Barbara. Hey, du musst uns helfen, Barb. Wir brauchen dich. Für dich bin ich zu teuer. Es ist schwer, sie zu ignorieren. Sie sollen früher beim Widerstand gekämpft haben. Sie sollten nicht alles glauben. Es ist schwer, sie zu beeindrucken. Ich kann mich noch erinnern, als du an etwas geglaubt hast. Unmöglich, sie zu töten. Ich liebe Sadomaso. Es freut mich ja so, das zu hören. Du weißt, wie man es macht, Babe. Wie, hast du mich genannt? Sie musste noch nie etwas beweisen. Hurenbock. Und noch nie so hart kämpfen. Hast du eine Seite, von der ich noch nichts wusste? Man kann nur einmal sterben. Was zum Teufel tust du hier? Halt dich raus. Hast du schon mal was von Overkill gehört? Stellen Sie einen Haftbefehl auf Barb Weyer aus. Sie muss gefangen genommen werden. Wie gut ist die Panzerung? Nicht gut genug. Manche Frauen sind anders als andere. Los geht's. Los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020